Norddeutscher Rundfunk 2021 Geht doch ran da! Seit wann spielt Messi eigentlich für Werder Bremen? Weil ich mich drauf hab. 4 zu 0. Dafür, dass du fast blind bist, spielst du aber gar nicht so schlecht. Übermacht den Meister. Anne? Jesse. Doch, klar erinnere ich mich. Ficken auf den ersten Klick.de. Ich freu mich.